Gerrit Räubisch vom SC Nebenberge. Gerrit, ich dachte, ihr seid nur für die After-Stattings-Partys hier. Aber läuft ja richtig gut, ne? Boah, ich glaube, dass sich Nebenberge in den letzten Jahren schon so präsentiert hat, dass wir nicht nur für die After-Stattings-Partys haben. Die macht auch Bock. Haben wir auch Bock drauf. Aber erstmal wollen wir so weit wie möglich kommen und wo die Füße spielen. Lief gerade richtig gut. Ich glaube, 5-1 gegen Marathon. Klare Nummer, wie hast du gesehen? Ja, schon eine klare Nummer, verdient auch in der Höhe. Auch schon ganz ohandelige Spielziege dabei. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. 08 wird jetzt sicherlich nochmal eine andere Hausnummer. Und wir haben auch noch ein paar Spiele vor der Brust. Sprich, schon an 08 kommt jetzt. Warum erwartet euch dann ein anderes Spiel als vorhin? 08 wird mehr den Ball haben. Sind unfassbar bald sicher alle. Das wird einfach anstrengend. Das sind 11 Minuten lang, wenn man viel hinterherläuft. Weil da verliert irgendwie keiner den Ball gefühlt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben Chancen. Und wir sind so schlecht. Wo geht die Reise für die Merge noch hin? Was sagst du? Erstmal, wir denken von Spiel zu Spiel. Schon, glaube ich. Erstmal wollen wir eine Zwischenrunde und dann gucken wir mal. Am liebsten eine Runde, weil es einfach ein geiles Event ist. Wir haben ja Bock drauf. Aber das wünschen sie, glaube ich, mehr als wir. Gerrit, danke dir. Wollanne. Wollt's, dann. Vielen Dank.